So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von GameDev Tycoon. So, ich wollte gerade sagen GameDev Tycoon ein Wort, aber nein, das ist ja nur GameDev. Tycoon glaube ich sogar. Egal, aber wir machen ja weiter bei unserem Mansi-Wort. Wir haben unsere drei Leute hier, wir haben Christoph Sauerweiler, Jessica Huff und die Dings. Und wir haben Gaul, ungemein Genossen. Computer-Eignisse, Schöcken, freut mich ziemlich, ziemlich doll. Ja, wir müssen ja jetzt langsam mal wieder Geld machen und ich weiß echt nicht, was ich so die letzten Folgen extrem falsch gemacht habe, sagen wir es mal so. Also, wir machen aber irgendwas jetzt so, damit unser fucking, fucking Games besser werden. Wir könnten hier, es ist kaputt, ja, ihr wisst schon, ihr könnt lesen, ihr wisst, was ich meine. Und über 50.000 scheinen kein Ende zu nehmen. Es geht nach oben mit und neue Themen, da sind wir mal gespannt. Forschung, neues Thema, was haben wir hier so? Wir haben noch postapokalyptisch, das ist ziemlich nice. Wir haben auch Haustier, habe ich gerade gesehen, das machen wir natürlich auch. Haustier und nur zur Vollständigkeit machen wir einfach, Körpersprache, okay. Machen wir einfach rücken, muss nur, damit alles voll ist. Auch wenn ich rücken muss, noch nie gespielt habe, noch nie programmiert habe. Wir sehen, Gaul hat einen Bergauf- und Talfahrt, Bergauf- und Talfahrt so wie mein eigener Kanal. Und da sehe ich, ja, wie soll ich, keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. So, wir machen aber jetzt hier ein schönes postapokalyptisches Spiel und das nenne ich Nuke. Nuke, ganz einfach, ja, ihr wisst warum. So, das Spiel ist einfach mal für alle, obwohl, nein, wir machen es eigentlich mehr für Erwachsene. Weil postapokalyptisch ist natürlich nicht schön, wenn man das den kleinen Kindern so vorzeigt. Und wir arbeiten alle an diesem fucking, fucking Spiel. Deswegen, Action braucht natürlich eine hohe Engine, ein hohes Gameplay und ein bisschen Story und Quest. Und der Rest können wir eigentlich so lassen. Und jetzt werde ich sogar angeschrieben, wenn ich, ja, ich wurde schon vorhin gerade angeschrieben, aber ich muss dazu sagen, ich wurde zum Duell herausgefordert. Ähm, naja, so. Ja, okay, es gibt Blazes, äh, hier in Blazes Tim 3. Und das ist immer mal gespannt, ähm, ob die gut rauskommen. Wir schicken aber sie mal zuerst in den Urlaub, damit er weiterarbeiten kann. Danach ist sie fertig. Ähm, und dann, ja, wir gucken mal nebenbei kurz auf meinem Handy. Ähm, Action machen wir mal ein kleines bisschen verbesserte KI, ist natürlich wichtig bei einem Action-Spiel. Level-Design und künstliche Intelligenz, äh, machen wir mal künstliche ein bisschen weniger. Level-Design ist fucking fucking wichtig, finde ich. Ähm, wir sollen 90.000 für eine Klimaanlage raus, kein Problem. Also, Klimaanlagen sind natürlich wichtig. Blazes Tim 3 von Voni wurde rausgebracht, jetzt. Ähm, wir schicken ihn jetzt auch noch in den Urlaub aus dem folgenden Grund. Äh, er würde Fehler machen, einen Haufen Bugs. Und die Bugs dann, wenn man eine viel, viel Zeit brauchen, um, äh, raus, ähm, ja, ehe sie draußen sind. Und ich würde mal sagen, alles auf dem gleichen Level ist schon ziemlich, ziemlich okay. So, die drei Bugs sind draußen. Der eine Bug ist wieder drin, der Bug ist draußen. 58, 58, äh, von den Punktzahlen gar nicht mal so dämlich, muss ich sagen. Aber wir hauen gleich ein neues Spiel raus. Und zwar, Hundi wird als, äh, Spiel, Simulation, Gs, PC, Noob spielen zum Beispiel 4. Wir haben unsere letzten Games allgemein. Äh, wir hoffen mal, Bewertungen sind draußen. So, 5, 6, 4, 6, okay. Äh, hört sich, okay, sollte mehr auf Technik gehen. Auf das ganze Technische. Okay, schön. So, Story Quest brauchen wir überhaupt nicht. Engine und Gameplay sollte relativ hoch sein. Mehr Spiele im Modus können wir reinmachen. Mods Support nehmen wir mal raus. Äh, Spieltutorial lassen wir mal drin und Charakterentwicklung nehmen wir raus. In ein Wirtual- und Haustier-Simulation ist das, glaub ich, alles nie so, das wunderbarste, aber es passt schon. So, sie können wir dann auch irgendwann mal in den Urlaub schicken. Nachdem wir das Spiel, glaub ich, fertig haben. So, Dialoge komplett raus. Künstliche Intelligenz nehmen wir hoch. Level-Design nehmen wir dann auch. So. Ja, Level-Design ist ganz, ganz so wichtig. Und jetzt gucken wir, dass wir hier auch einen Haufen Umsatz machen und hier auch einen Haufen Punkte reinknallen. Hm, 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 hm. Ich will sie ja irgendwann jetzt schon in den Urlaub schicken. Ah, obwohl Tag nach Zyklus wär bestimmt geil. Aber ich glaub, das können wir uns im Moment nicht ganz so leisten. Deswegen passt das schon so. Und sie schicken wir in den Urlaub. 3,6 Millionen haben wir jetzt gerade mal. Die Spiele fressen jetzt ziemlich, ziemlich viel an Kosten. PlayStation 2 wird bald vom Markt genommen. Und wir haben gerade erst ein Spiel dafür rausgebracht. Also am besten jetzt überhaupt kein Spiel mehr rausstellen. Keine starken Trends. Schade, schade, schade. Gute Themen. Kombi. Intelligenz, Grafik, Sound aufgestiegen. Super. So, und dann. Nuke wurde vom Markt genommen. 1.000, äh, 1.000.000.000 plus. Nicht viel. Und die ersten Worte und Hunde sind draußen. Liebe Game Hero, mir wäre es sehr nice, wenn das Spiel schon nicht ganz so gut ist, äh, zu hören, was nicht gut ist. Ähm, neue Spiele entwickeln, Thema wählen. Wir machen wieder ein schönes Rennsport. Ei, das ist natürlich ein Simulation. Obwohl eigentlich, nee, warte mal, äh, wir machen eine Fortsetzung. Ich glaub, erst mal das hier tut uns gar nicht mal so schlecht. 90.000 futuristische Anwirkungen. Nun hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Innerhalb von sieben Wochen. Das müssten wir eigentlich schaffen. Wenn nicht 40.000 minus, sonst 90.000 plus. Wir riskieren's mal. Gebel hat, äh, seine Rolle in der PC-Branche weggenommen. Und jetzt gehen wir auf die Handys zu mit Tats, Tats, Scream. Und deswegen, okay. Hier fliegen die Punkte wie verrückt rum. Wir gucken mal, ob wir das wirklich schaffen. Oh, natürlich mittleren. Und wir haben's geschafft. Nice. Wir verliehen Fans. Und das bedeutet nur eine Sache, wenn wir schon jetzt wieder in die, äh, G3-Sache reinkommen, wie... Achso, ich wollte ja eine Fortsetzung machen. R2. Das haben wir damals rausgebracht für die M-Box. Äh, da bin ich mal gespannt. Äh, machen wir mal eine Fortsetzung davon. Dieses Mal aber für die M-Box 360. Für Play System 3 holen wir uns die Lizenz, weil der wird noch lange da sein. Und für den PC natürlich. Und da ist die Play System 2 weg. Wir haben 12,8 Millionen dafür, äh, da eingenommen. Gar nicht mal so schlecht. So. Haben wir jetzt schon einen Bug, obwohl wir noch nie gestartet haben. Oh, ich hab ein mittleres Spiel. Das ist ein fucking mittleres... Ach, ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. So, dann müssen wir mal aufpassen. Und zwar gehen wir auf die Engine. Auf das Gameplay schicken wir hier. Und sie schicken mal hier hin. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung, die Leute so einzuteilen. Wichtig ist, wenn wir dann mal Zeit haben, dass wir uns mal Spielberichte anschaffen von Spielen, die vielleicht nicht so gut waren, um zu schauen, äh, welche oder an welchen Gründen es eben habbart. dass die Spiele nicht so gut sind. Und wir haben die 200.000 erreicht. 211.000. Nice. Wir sind immer noch nicht unter den Top 100, aber ich glaub, man das schaffen wir so in den nächsten paar Jahren, schaffen wir das locker. Ich frage mich nur, ob das Spiel irgendwann mal ein Ende hat, weil es wäre geil, auch wenn die Sachen sich immer wieder wiederholen, einfach mal dann zu sehen, ähm, ob man dann so die größeren Häuser und sowas bekommt. Und das erfährt man ja sonst nicht so. Dadurch, dass ja, ich muss mal kurz hier gucken, äh, siehe natürlich auf dem Level-Design und hier schicken wir in Dialoge rein, dass eben, wir können ja jetzt nicht mehr Leute besetzen, damit wir irgendwann mal was Größeres bekommen, weil wir, obwohl wir kein Geld haben, wisst ihr, wie ich das meine? Wir müssten jetzt mal ein richtig geiles Game rausholen, oder, ja, bringen, damit wir überhaupt, äh, Punkte bekommen. So, Grable hat das Telefon erfunden, oder, das bestimmte. Ich hab grad nicht ganz so schnell gelesen, was es genau für, ein Dings ist, wie sie es hier drinnen nennen. Und jetzt müssen wir mal gucken, uns dürfen wir eigentlich gar nicht mehr einsetzen, und deswegen Spielwelten-Design schicken wir, äh, siehe hin, Grafik schicken wir sie hin, und Christopher schicken wir zum Sound. Ähm, wir machen natürlich einen Tag-Nacht-Zyklus, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, und, eigentlich würde fast ein Stereo-Sound reichen, aber das ist mir jetzt egal, wir machen jetzt einfach los. Ähm, der Hype ist bei 55 schon, eigentlich könnte man noch die neuen Hype ein bisschen höher machen, vielleicht bringt er was, vielleicht aber auch nicht. theoretisch müsste man jetzt schon 500, über eine Million einnehmen mit dem Spiel, weil wir müssen die, äh, Kosten von Stand berechnen, wir müssen die Produktionskosten, und wir haben sehr, sehr viele Punkte auf Technologie und Design, und die Bugs arbeiten wir jetzt grad raus. Oh, das reicht, 71,90, besser, kann ich das einfach gerade nicht machen, Level-Ausstieg, 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 das heißt, wir werden in nächster Zeit viel, viel mehr Geld bezahlen müssen, und zwar 21.000, müssen wir jeweils mehr machen, dynamische Welt, Nice, Alter, wie toll ist denn das, weil guck mal, allein das können wir ja nicht die ganze Zeit, äh, machen, oder, äh, äh, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine, äh, Spielbericht erstellen, R3 ist doch nicht draußen, wir holen uns mal von Huni, holen uns den Spielbericht rein, und den Spielbericht von, Goal 3, 6, 6, 7, 7, bin ich eigentlich relativ zufrieden, kann man sagen, wir gucken mal, äh, okay, Spielbericht, wir sollten darauf konzentrieren, dass das ganze Team auch, äh, mitarbeitet, das werden wir natürlich jetzt auch machen, wir werden natürlich jetzt so schön ein neues Spiel machen, neue Spielentwicklung, für alle, äh, Simulationen, Spiel, halt, Simulationen, so, jetzt machen wir das bloß BG ist das Spiel, ah, nein, jetzt muss ich das Spiel, habe ich vergessen zu nennen, so, Gameplay ist sehr, sehr wichtig, äh, sehen wir, deswegen nehmen wir vielleicht ein kleines Bild an der Engine runter, äh, den Mod Support nehmen wir wieder raus, Story Quest ist überhaupt nicht wichtig, deswegen legen wir mal weiter, okay, wir können uns erst mal diese Multi-Plattform-Spiele, ähm, sein lassen, weil, unsere Engine dafür noch nicht richtig optimiert sind, optimiert für mehr, nice, nice, das ist klar, äh, ich nehme gern, Dings hier an, ähm, Spielwiss designt, mal gucken, was die anderen dazu sagen, und wir wissen jetzt ungefähr, dass wir jetzt nur noch eins machen sollen, äh, nicht der Ansicht, der Sound ist wichtiger, scheiß, das kann man wohl laut sagen, ähm, Level Design, also nehmen wir ein kleines Bild weiter nach unten, die künstliche Intelligenz ist dann besser, äh, äh, kann man aber glaube ich auch die, äh, KI ein bisschen vernachlässigen, habe ich glaube ich so das Gefühl, weil ganz wichtig sind das nicht, R3 ist aus den Top 100 groß, Mist, wir haben aber die Million, haben wir wieder schön über, füllt, das Sound ist wichtig, Spielwelt Design, da können wir ein bisschen weiter nach unten nehmen, äh, Tag nach Zyklus nehmen wir raus, und dann geht's, abbi, abbi, habbi, wir haben einen Hype von 40 drauf, nicht gerade viele Punkte verteilt, ist aber schon okay, wir hauen noch die Axt, 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 Bugs raus, scheiße, hm, ich bringe das Spiel trotzdem raus, trotzdem ein Bug ist mir jetzt egal, Forschung, wir gucken mal, wie teuer ist denn jetzt eigentlich, 100 Forschungspunkte nur, das hauen wir doch raus, das ist mir sowas von lieb, dann können wir nämlich, die Spielwertung abhauen, ja, ich glaube, das Spiel hätte man auch fast lieber sein lassen können, hm, naja, wir machen eine Auftragsarbeit, hm, fünf Wochen, oh, Alter, das sind hohe Punkte, hier, split, äh, die Software machen wir eigentlich rucki zucki, das ist eigentlich kein Problem, die kann man, ist eigentlich schon fertig, nice, Arbeitsauftrag, können wir noch mal gucken, ob wir hier was anderes haben, noch was schönes, drei Wochen für, 3,28, vier Wochen für, 5,25, die kann man mal schnell machen, und die Verbesserung für, die Plattform ist da, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich jetzt dafür eine neue Engine erstellen, ja, benutze, zwei fucking Millionen, hm, hm, ja, da würde ich sagen, machen wir das alles raus, machen hier, Stereo, V3 rein, Optimierung rein, Benutzererfolge, dynamische Umgebung, KI-Gefährten, nee, Stereo, Oros, Swerund, 2,8 Billionen, ich mach das einfach, auch wenn, das so viel Zeit kostet, aber, ich hoffe es einfach mal, dass es was bringt, weil, ja, es ist ja, Spielernischen 4, die, verschenken wir einfach, aber wenn, mach mal hier Minus, wir verschenken die doch, 4000 Fans, und 2000 Minus an Geld, das ist mir eigentlich relativ fucking egal, wie gesagt, ich hab jetzt nur noch Angst, dass ich das Problem habe, das, äh, ja, Messestand, holen wir uns, wir müssen uns einen Kleinen holen, dieses Jahr müssen wir mal Kleinen fahren, sie schickt mal in den Urlaub, Katze wurde vom Markt genommen, ja, ich geh mit Katze, geh ich auf Dings, das ist scheiße, äh, in den Urlaub schicken, jetzt sind wir zu zweit, an der fucking Engine, so jetzt kurz vor Ende, der Spiel Engine, äh, kommt jetzt, das Tablet raus, und, ein Million investiert in eine fucking fucking Engine, also das ist schrecklich, und wir müssen jetzt sofort ein fucking fucking neues Spiel erstellen, äh, und zwar ein Action, äh, ein Abenteuer, mhm, wäre ich eigentlich für ein Sci-Fiction Abenteuer, und jetzt können wir Multi-Plattform machen, Yay, 500.000, nein, das Geld fehlt mir jetzt hier gerade, das kotzt mich irgendwie teilweise an, Multi-Gaming 1, so, das Spiel heißt Astronaut, und wie das wird, sehen wir natürlich im nächsten Part, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt mir noch ein paar, wenn ich die Erinnerung noch unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt, oder auch nicht, und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Meinungsverbot, Ciao, ciao, ciao,